Ich wollte doch Octane spüren. Mach mir einfach viel hier. Ich hab mir nicht mal 100 kühlt gegen Octane. Wo wollen wir denn hin aus der City? Und halt. Überall noch was war die Welt. Wo war die Welt? hat auch das ist einer alleine wo wollen wir hin mitte wohin wie was wo ja hier mal mit treffen 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 legge server legge server wenn wieder mehr oder weniger in zeitlupe ein fliegt es gibt noch mehr im hügel eingegangen das ist oh ja oder sagen jetzt hat aber sehr viel ich habe gehofft ich krieg das gut wo sind die welche etage der bein wenn du selber muss ich gerade machen er kommt hoch mit der sibling hier einer beim crack die sind beide hier so da kann ich wieder verkacken trifft auch nix so das hat schon wieder so gut los weil die eine ist aber gestorben die verblutung bekommt ich habe mich von ihr macht es ist nur eine da kommt auch eine zone versucht sich wo sind denn alle bitte und wird niemand vernünftigen kann man mich auch noch mit hat er denn für die empfieglichkeit drauf hat gut angefangen finde ich sehr stark auch die wachsen hat von mir gefragt ich habe komplett durchgekroffen ich habe dir die welt die da war die habe ich immer weg gemacht weil ich von hinten kam die hatte kann ja ich war ja habe ich halt das andere weg gemacht aber wo ich habe hier engel mich mit knacken klaster gesichnet was gerade zählen nämlich damit gehitter wo wir nur gegen 1 vor gekämpft haben dass das klappt ja 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 wahrscheinlich Was hat? Das ist das Das ist das ab neue banger fliegt was eine banner pose für ihn jetzt bestimmt nicht ich habe auch die letzten drei apex einfach alles bekommen ich hoffe ich möchte es noch komplett von ice übergehen bei mir ist das schon wieder cool also kriege ich heute eine ordentliche fliegen kann ich es hat nur so ich halt hier und da in zeitlupe bin und mal wieder ohne fehlermeldung oben rechts und jetzt habe ich wieder server fehler als ob echt jetzt ich war bitte in der wasser finden kannst du hier finden danke okay hier ist die neue neun hier okay hier 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 ich bin vielleicht fast ein bisschen zu weit geflohen ach so voll so voll so in der sohn mit q und und leiden und weit fliegen da bin ich fast klar hier sind ich habe eine gefunden ich habe ein lila heavy mac für dich noch hier Oh, ich kann gar nicht. Okay. Diep! Diep! Was von der Rampage? Ja, ich hab's noch. Okay, ja. Da haben wir noch nicht wirklich gelachen, was? Hm. Geil ist anders. Ich könnte, ich hab's noch keine Optik auf der R301 übergeht. Range hab ich mit der Rampage. Die ist halt absolut nicht bei uns. Mö, weil ich die... Die hat rein vorhanden? Weil ich die Lila-Shield da hinten gedroppt hab. Äh, Lila-Shields ja schon. Ich hab Lila andere Dinge da. Hier ist Fahrt, Hadi. Da oben steht einer. So rechts oben und unten. Da greift jetzt. Jo, lass mal wieder weg hier. Ja, ne Sniper. Da unten rennt einer. Da unten rennt zwei sogar von denen. Ja, come on. Da oben. Ja, mein. Einheimlich. Wie kannst du mich sehen? Du revivest und ich revive auch. Ja, mein. Du revivest und ich revivest auch. Ja. Okay, das ist so cool. War ich gar nicht cool. Aber die sind da für eine Def-Proxion. Oh, da sind... Ja. Ja, ich werde vom anderen Scott angeschossen. Ja, die sind da hinten. Die haben die gesandwiched. Die schießen nun mal wieder nur auf uns. Na ja. Jetzt sind wir so weit dabei. Das ist kurz auf uns schießen. Die schießen bei... Ich verziehe mich einfach ins Haus und bleibt da drin. Ist mir scheißegal. Die schießen wieder beides. Kurz nur auf uns. Na ja. Siehst du? Ruhe. Absolute Stelle. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da rumgehe. Ja. Ich muss gar nicht, wie ich da rumgehe. Ich bin hier eigentlich nicht so hoch. Ich habe keine Shields. Nichts. Ah, kann ich mir ablehnen. Bei mir? Vor mir. Oh, danke. Ich bin gleich noch einig. Ich bin gleich noch mal. Wollten ich mich mal? Aber sonst. Ich kann nur die Lutze mal gucken. Ich kann nur die Lutze mal ver generalized. Ah. Ich kann nur die Lutze nach oben. Ich will dich auch nochmal gucken. Wir wollen die Lutze mal den vorne machen. Die Weifel ist weg von euch. da hinten kommen die kommen uns hinterher zwei leute auf jeden fall drei leute ja und uns das auch wer hier ist das kopf hast du ja schießt hier der chartreife das game macht wieder ultra spaß ach hat die fresse spaß einfach die fresse bekommen keine ahnung dort ist da weil ich ja dann kommen aber jetzt auch merke heute ist wieder meinen tag nicht da ist gerade geflogen durch mein bild da hinten oder mit dem jump tower in richtung kommen hoch geraten wieder fünf sniper dabei die drei da hinten rennen und hier ja da schießt wieder irgendwie sentinels hat drei phoenix dabei brauchst du was besser ich hatte im kopf könnte durch dich durchwerfen es ist wieder mein tag heute ich merke schon das war letztes wie sie mir noch vollkreuz champion da ist wer im tunnel goldene rüstung ja komm ich bin halt schon wieder tot drei kugeln kassiert was soll die scheiße eigentlich war ja ja komm hier ohne witz bringt mir einfach gut ist das ist schon wieder einfach nur bullshit was hier wieder passiert ich kann schon wieder aufhören das ist schon wieder einfach nur bullshit das ist schon wieder einfach nur bullshit das ist schon wieder einfach nur bullshit wie gesagt gestern hat die super funktioniert super geil hat echt spaß gemacht mit der zu spielen das gerade war einfach müll ja kenne ich kräftigen nachdem aus von in 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 nach olympus nach und ins welt mit autos ein gescheid was sie wollten das doch fahren die irgendwann zum erd wie will man ja zwei sekunden auto Was ist das? ja das stimmt ja alles klar machen wir uns überdraus abfahrt ja mal minus überdraus weil er einfach deshalb schon wieder als ob ich nichts mehr aufkommt wo sind die anderen keine ahnung ich habe die euro verloren würde ganz gerne in voller geschwindigkeit rennen und nicht in halber geschwindigkeit ich spiele nachher einfach wieder bloodhound damit ich wieder weiß wo wer ist er kann nicht wahr sein gleich wäre es wieder von vier squads über den haufen gerannt danach ist wieder stille danach gehen sie alle wieder ihre eigenen wege weil dann ist ja nicht mehr witzig wenn man uns nicht mehr abfucken kann ich hasse dieses spiel wie gern würde ich jetzt einfach lieben gleich schießt der weg ich bin genau drauf gesprungen tatsächlich das hat mich am meisten überrascht gerade aber eigentlich müssen sie bleiben nein jetzt so gern leck freies spiel aber nie ist nicht drin schweller rampage dabei und vor der enden den scheiß bekommt ja wieder bei für eine flatline schwierig finde ich auch nicht so jetzt geht den harvester ab hinten jetzt ist da wo ich kann zum glück zumal daraus bist du selbst fortgefährdet ja mittlerweile alle liga russi und so jemand 1 optik das nicht geil ich steff grad wie so eine ananas das tote da ist einer mit revenant holt hat gelangt neben dir ja das ist der nächste spot schon wie kacke bin ich eigentlich ich spiele die rampage erinnere mich daran die waffe nie wieder zu spielen was ist das ich werde aus drei magazinen fünf schüsse getroffen das war so ein kack das kann nicht wahr sein ja komm fertig nächste runde ich spiele die waffe nie wieder das war ja peinlich absoluter schmutz das war so ein du liest nicht eine kugel auf mich abgegeben gefühlt und ich ja er sowieso er war der witzigste der witzigen ja gut und auch für anhalten auf dem anderen augenblick im cocktail spiel mir anscheinend auch so dämlich heute wäre schön weil sich da auch bescheid ja macht es auch eine für mich mit ja hier etwas schneller dran mit der nikotin durchkommt oh ist das schlimm also jetzt nochmal platon zu spielen oder soweit irgendwas keine ahnung jeder champ fühlt sich vom movement aber auch hier viel anders an wieso bin ich nicht einfach eine du runde gegangen wieso hänge ich jetzt zwei werden müssen denkt ich bin stoff oder so kann du sofort was wir warten bis gleich und ich nehme nicht die rampage eigentlich werde ich nur rampages die runde finden 100 prozent ich habe keine ahnung wohin der ist mir auch scheiße also heute ist ja kein apex tag ich würde ich nicht die hälfte der zeit und zeitlupe verbringen anfang der runde ist ja schlimm wirklich wenn ich finde dass ich habe teilweise sogar rubber banding kann man erklären warum können dann noch nicht immer noch die server sein die probleme machen wenn ich verkackst teilweise zu lücken und die waffen der film in der lage zu feiten und meine ach scheiße sie sind schon drin wo sind die die sind doch nicht mehr hier drin ja ich muss immer durchschuldigung sind schon zwei nokt super ich bin wieder sehr hilfreich echt jetzt echt jetzt immerhin nicht gestorben bei der aktion haben wir schon mal ein hauptziel erreicht wo die herkamen weiß der geil ich habe einen gesehen im bunker nachher wie gerne hätte ich season 3 und season 4 wieder als das spiel noch gut war und das spiel warum auch immer flüssig lief auf eine deutlich beschissenere grafikkarte aber ich hinterfragte das ist so wie das ist so wie das ist so wie das ist ich habe es geschafft bei einem fight nicht zu sterben haben aber auch nicht ein gegner gesehen ich bin aber heute absolut nicht auf der höhe ich stelle mich wieder an der zwischen erst mal spielen abgesehen von meinen super slow molex wohin gehen wir kommen da gehen wir schon die leute kommen jetzt will er nicht drauf gehen wir können hier ich höre einfach auf sachen zu hinterfragen ich mache das einfach grundsätzlich nicht mehr wieso komme ich eigentlich ist hier rein ich sehe sowas auch kein die können wir nicht einfach mit der season 3 wieder haben kann das spiel irgendwie wieder zurücksetzen oder so vorherige version damals hast du keine neuen damage mit der peacekeeper gemacht das gab es damals nicht kurz überlegen mit ihrem patch zu nehmen wieso ich habe gar nicht nach vornacht ich hinterfragt keine dinge mehr wahrscheinlich wieder fünf heavy max übersehen ja komm rein da ich will drauf gehen endlich vier squads noch im leben wtf also kann da nicht sein dass immer noch die server rumspacken ich weiß aber nicht warum da da mir wieder da mir liegen könnte bin ich ganz ehrlich halts maul da springt er einfach rein das war da Oh, 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 oh. Bin ich jetzt echt der Einzige, der lebt? Weißt du, Madame und Monsieur denken sich, rennen wir einfach mit rein. Wer ist der, der am Ende lebt? Ich. Super. Klasse, Leute. Dankeschön. Ei, 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 ei. Vierter. Die ganze Runde keinen gesehen. Ja, mein Plus, ne? Peinlichkeit plus 500. Und natürlich stehen sie danach wieder in der Fresse mit drei lila Schielen oder was das war. Witzig. Scheiß Spiel. Ja, der wäre bestimmt drauf. Oh, Michel Baguette. Nein, ich war guck, ich hab nur, er hat mich auch gesagt. Fini, meni, fini, meni. Mmh, Froschenkel. F425. Ich bin der Jumpmaster. Don't worry, I'll take care of you. Ah, wieder? Ja? Drei mal hintereinander? Ah, ist klar. Dann guck mal ab. Nee. Wenn wir sterben, dann weil ich uns irgendswohin gejumpt, mastert habe. Aber der Laser ist auch weg, oder? Der Laser ist weg, ja. Der Harvester ist ja auch ausgeschaltet. Also, denke ich mal. Der ist anscheinend nichts mehr am Harvester drin. Dafür ist das Ding da jetzt und nichts davon am Arbeiten. Der Low-Wüchter, ja. Low-Wüchter. Da müsst ihr eigentlich auch einen anderen Namen kriegen. Das ist ja so, ja. Wieso ist er nur abgeschaltet? Ähm, Weichsport kommt mit ein Einziger und ein Vollesport. Eine Waffen sind wieder premium. Ich muss mal raus. Ich bin tot. Krass. Der ist Craig, der Pathfinder. Abi. Hier kommt nur einer. Oh, jetzt ist er da drin, wie Ted. Das ist der letzte. Da sterbe ich jetzt bei. Natürlich. Der ist aber, der müsste fast Craig sein, eigentlich. Ja. Komm, hast du. Aber. Schön zugeschlagen. Ja, keine Mugi mehr. Kann ich den Boy reviven? Ich habe die Daily. Ja, ich habe keine Mugi mehr. Äh, ja. Da kriege ich hin. Da sage ich ja. So. Entweder gehe ich jetzt nochmal drauf oder ich schaff den Sprung da hoch. Guck mal. Äh. 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 Guck mal, ob das funktioniert. Nee. Okay. Jo. Nicht wenig Krabbel. Ja, du kannst mich vom Land ausreichen. Okay, habe ich da auch noch versucht. Äh. Äh. Ach, komm. Äh. Ich meine, äh, unser Orten schlangen am Anfang nur rum, ne? Ach so, okay. Der hat in jeden Fall nichts gemacht. Das war uns. Das war uns. Wir müssen dran und eins oben. Ja, wenn ich gleich kann. Interessiert mich in entspannten Scheißdreck. Du mal hier. Ich nehme bloß weg damit, ey. Tue es nicht. Ah, komm ich noch mal weiter. Ja, ich komme hin. Nein, wir haben aber... Okay. Und wahrscheinlich voll die Lava. Naja, okay. Naja, okay. Ihr fliegt da hinter euch. Kommt wat? Da kann man einzeln da runter. Keine Ahnung. Ja. 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 Ja, ich bin da rüstet. 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 Ja. Ja, ich bin da rüstet. Ja, ich bin da rüstet. Ja. Aber komplett. Haben sie immer angesichtlich. Ja, ich bin mir von coisa 2.1. Wie sieht es partie aus? 2-1 Ja, super Oh, mir ist ein Shotgun, wir holen Mama's got you now Oder Surrender Tun wir grad jagen, ich sag ja auch nicht wirklich weit gehen Komm an, komm an, komm an Nur beim Gegner Kein Zeit doch Aber es da wird geballert Waren wir schon wieder oder? Waren wir schon wieder mit ner Sniper geschossen in so ner Rotze Ah, eh, komm wieder hier Yay, next night Willst du ne Liederrüstung haben? Ah, brauche ich mich strenger für ne random Ich muss eh noch ein bisschen warten Ich hab noch keine holt Ah, er will nix Mach nix, mach nix, mach nix, mach nix, ne Bestimmt lila leichter Smack war im Craft, oder? Ah, ja Bestimmt lila leichter Smack war im Craft, oder? Ah, ne Ah, ne Ah, ne Also braucht keiner das Ding hier Brauchst du noch ein lila Lauf? Ah, die holt von jedem, ja Okay Ich krieg's jetzt gleich sobald Monsieur in sicherer Entfernung ist Monsieur ist in sicherer Entfernung Bitte schön Ok Oh, du hast dich bezogen Ich bin ja Einlawin Sorge, du hast nix, aber um sie auch kein fermer Kannst du nehm, aber sie auch mit sich zu verwalten oder immer noch Die weiße Rüstung ist umfassbar. Lauf weg von euch, der Gefall. Gleich von hier aus, direkt bis zur Treppe beim Tunnel. Okay, das ist so ein Lacher. Oh, war da offen. Da fliegt einer. Was war offen? Ah, rechts von uns ist auch einer. Da muss man rein, ne? Auf die Sprinkgegnen. Quatsch, hier sind wir gar nicht safe drin, lol. Ja, jede Runde heute ist meine erste Runde überhaupt mit einem Game, habe ich das Gefühl. Ach. Ach. Was mach ich jetzt? Was schaust? Yo, Crafting over here! Crafting, jawoll, jetzt. Du spottst doch mit dem Crafting. Wie war ich denn noch? Oh Gott. Da ist alles nachher. Replicator being delivered. Replicator coming down, my friend. Replicator being delivered. Ah, nach oben. Wir gehen da hin. Okay. Wir sind geschossen. Wir gehen jetzt in Wagen hoch. Wir gehen jetzt in Wagen hoch. Oh, wir gehen. Oh, wir gehen. Die da oben haben eine... Rampart. Woh, du kommst nicht da, jawohl. Das bleibt, was? ich glaube ich bin auf jeden fall hier weg da hinten rum am besten oder langsam zeit im nachbarhaus ohne wir sind nicht safe ich glaube da oben ist wer aus der zone raus ja von den vorkrieg recken ja ja wie gesagt warum ist noch wer ich den kostet kurs vorsicht aber sind aber übel abgeschnitten wir weiß noch irgendwer ich versuche einfach uns hier rüber zu kommen ich spreche hier einfach nur was ich glaube ich auch von drei oder so geschossen er kann nicht sein ich wurde aus ein paar richtungen geschossen haben also die falten hier ist irgendwer direkt an dem berg hab mit der peacekeeper nicht getroffen nicht eine kugel da kommt der nächste mehr stelle ich hinter mich schön dahin kommt uns von übernimmt ich komme ich komme ich bin jetzt hier es ist eine fahrscherei wie ich jetzt in dieser season zum fünften mal durch irgendwas durch getötet wurde gerade durch die kiste ich war hinter der kiste habe noch eine kugel kassiert was der projekt punkt und Schmerz. Wo ist er? Na Partie bin ich nicht. Nee, nee, danke. nein die runde weiß nicht okay aber nicht ist ganz okay raptor strike finde ich am coolsten ja wie berufig aber auch die anderen gut hast du es okay spartanen ok oh krieg kopfschmerzen ich wollte auch eigentlich wieder meine ulf werfen ich verkackt und nehme mir meine ulf naja dann wollen wir mal nicht gar nichts fliegen durch ist ja kein leser mehr naja klar hier ich gebe ihm eine andere city nicht ganz so schrecklich ist er hat jetzt abkoppelt ich wollte das spiel eigentlich nur mal neu starten ich hab ne ulster wirst du die ja kommt hier ist ja ich fliege dann einmal quer das bild haben wir ein sie auf jeden fall er hat mich gerade schon gesucht mit seinen spiel es hat mir aber glaube nicht gefunden wir haben die luke aufgemacht nicht von aus mitte oben auf einer weiß ich habe mich dafür die munition wie kommt er denn jetzt hierher wo kommen die alle her ja ich noch aber herr fort die topo klarte ich hasse mein leben er hat natürlich reicht ja auch nicht reicht ja auch nicht nur einmal schmutz verspielen müssen ja zweimal schmutz spiel ich fühle den fall wenn die anderen zwei nicht so innen sind da gewesen hätte man das gerissen da merkt man auch wenn man ein trieber besser zusammen spielt gewinnt einfach doch nicht macht noch spielgericht da das ist gleich so wenn ich das spiel ist neu startet das neues spiel sein wie pflicht update für apex verfügbar okay ziehen wir mal das pflicht update weil ich leckte deswegen so rum jetzt sag nicht 13 gigabyte oder so quatsch hab jetzt kein bock drauf ja 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 ein gigabyte war das neu nix na ja so ein bugs fix das sind es ja okay wenn wir so finden was neu ist ob wir die offizielle apex twitter-account mehr werbung ist okay macht weniger damage ist eine arena wird angepasst ein paar kleine änderungen werden fast gerade deswegen pflicht update kann man nur beten dass das dann fix dann besser läuft ich denke gerade ist absoluter müll frage mich wie leute so ranked spielen können wie man ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir noch ein paar Runden und dann machen wir erst eine echte Pause. Bis zum nächsten Mal. 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 was schlecht an der wohnen doch 3 hier wir sind im normal ne? Oh. Hoppla. Hoppla. Alja. Nächste Schieße nicht. Jetzt lernen sie das. Für zwei Wochen. Ne Quatsch, der schon ein paar Monate hat. Jetzt hat die Wintersaison, ne? Dann wird die auch nicht wieder abziehen. Jupp. Wir waren von drei Tagen nach Platz. Ich bin auch immer, der so viel unverschämtlich zu haben. Huga. 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 Huga, 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 Huga. 600 Kills. Ach, der Scheiße. Ja. Ich bin inside of me. Huga, Huga. wenn der nicht city will city sonne heilut fahrt ich glaube der ist kaputt kann dann sein ja ja 600 kills wraith dass das kaputt die man zwei tage wie jeder welt wieder außer ich den champion einfach nicht trifft was kriegen magie ich weiß auf jeden fall kein leck freies spiel wieso bist du so leise war bliegt und mir ja da gibt es keine gewollten heute auf die waffe drauf damit die waffe abgrain was helmer lauter dann morgen wieder leise machen können ich hatte ihn auf unfassbar leise geworden ich hatte ihn auf minus 12 jetzt habe ich auf null gestellt dass auf morgen schreit er wieder ins oberland ankommen solchen durch sterben das war schön ich habe geschrien ja ich habe geschrien ich habe geschrien Ich bin 10 Kilometer von dem Fernseher. Ah, das hört ja auch. Ich bin echt 10 Kilometer. Ich bin echt gar nicht zu viel. Meter? Ja. Ein bisschen mehr als Fuß. Ja, 10 Meter sind 12 Fuß, hast du recht. Mathe, Mann. Mathe, Mann. So weit, wenn wir Mathe Katze, ja. Oh, Zucker verschluckt. Wie hieß die Springen, wenn wir Ebenen springen? Ebenen spinnen. Ach, verfloß. Scheiße. Alter, Mann. Tag. Lucht, klar. Ab und von Stress. Als ob ich zweimal in der Nähe geschlagen habe. Sehr gut. So lange. Äh, ich hab' gelanget. Uhh, ich hab' Castle. Dank dir. Joop. Und jetzt ist auch ein Steve. Da hinten? Okay. Da hinten? Okay. er ist alleine dann kommen ja ich renne mit in die fresse wo sein ist weg das kann nicht wahr sein das ist so kacke bin alter er steht vor mir er macht nix er macht gar nicht er steht einfach trifft mich nichtmals ich muss nur auf eine stelle zielen ich krieg es nicht gebacken natürlich tot mich da aufs dach natürlich nicht ich bin so gut wie tot schon wieder ja ich bin wieder um die ecke rum und kassier noch kugeln was soll die scheiße ja komm scheiß drauf ohne witz ja 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 hier hat auch ein angriff gefeilt und nicht mit uns na ja natürlich kennst du ja das ist ja keine devotion ich war finde ich kein komo kratzer Oh, man. We go. See that blow right before you bite it? That's me. Hey, that's me. I'm the Jumpmaster. We have to do the Wigger with it. That's a really strong one. Wigger, wigger, wigger. Was war das denn? Was ist das denn? Okay. Ich habe gerade eine Box aufgemacht. Ich bin auf der Treppe so lange gekommen. Ich stehe auf einmal um das Dach. Hm. Thorsten und ich, wir sind auch damals noch, keine Ahnung, wann das war es, die sind fünf oder irgendwann, sind wir in Overlock gelandet und sind beide durch die Map geglischt out of Map. Beide. Ja. Warum nicht? Beides war das Witzigste. Ja. Nicht gut konstruiert. Das ist bisher noch einmal passiert. Wo bin ich denn jetzt hier oben? Lila leichtes Mac, wo? Was? Lila leichtes Mac, wo? Hier in dem Raus. Wuiiii. Laufen, 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 laufen. Schleller als random sein. Wo ist in der Mitte? Okay. Oh Gott. Mega Standbild. Da haben wir wieder zu viele betauscht. Mega Standbild. Mega Standbild. Mega Standbild. Mega Standbild. Mega Standbild. Da wäre ich glück für mich. Alles ist sehr sehr seemlegen. hier ist auch eine aber ich glaube ich bleib bei der peacekeeper ping 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 ich trau noch mal der peacekeeper die männer nicht gerade er ist kurz eine höhe kurze vorzustellen er ist wieder ausrufezeichen wie sollen wir ihnen da helfen die ersten schüsse jetzt kassierte und in zehn sekunden ist er noch drei auf ihn drauf rennen eigentlich schießt aber noch uns kommt drauf ich komme einfach mal zwei optik oder so ich hoffe man holt es war drin und die laustung er ist dann auch schon wieder an der stelle ich finde da keine ich steppe irgendetwas Dämlich ist. Alah. Steppt wieder irgendwas? Ah, recht. Warte, den hingeworfen. Na rüber. Loll, da links. Das ist keine Rüse, der Typ. Aber sehr schön. Noch ein Typ. Sehr schön. Wir gehen auf den Eingling hier hinten. Versuche erstmal wegzukommen. Haben wir den getötet? Ich hab auf jeden Fall eine Aki. Scheiße! Hier ist ein Mirage. Keine Ahnung wo der herkommt. Fokus. An den Tarkets. Neun Damage. Ich block die Tür. Da kommt ne Zone. Ich habe nichts davon getroffen gerade. Wie kann das sein? Ich hab voll rein gehalten. Ich hab den gesehen durch deine Seeding hier. Wie konnte ich die Typen nicht treffen? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe keinen. Ah. Ich hab nicht die Money dazu. Ah. Geht mal angerschön. Ah. Geht mal angerschön. Ah. Geht mal angerschön. Ich gebe dir meine Schilden. Recharge. Nein. Aber nein. Ja. Ich hab den ins Gesicht geschossen. Neun Hemme. Danke dir. Vielen Dank. Da. Die kommen. Die sind schon hier unten. Alter. Links und rechts daneben. Aber nicht drauf. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Da hängt einer hinter. Weiter zurück oder fighten? Wissen wir nicht fighten können oder? Fighten auch keine Waffen. Ja. Hier ist ein Bogen. Haha. Danke schön. Da komm da gehen wir erstmal Richtung Harvester. Hier Munition. Hier Munition dafür. Hier Munition dafür. noch mehr shit wir müssen aber jetzt auch hier durch werden doch jetzt auch dadurch kommen oder nicht mittlerweile sechs kursen leben ich habe ein kill ein asyl war aber wieder lucky das war goldens bei euch hier ist wir draußen ich drücke dem 100er schuss mit der peacekeeper und es juckt ihn nicht und damit der bsg vor ist interessiert ihnen scheiß was zur hölle ja ja aber keine der wochen Ich mach auf zwei Kiechen, ich mach auf zwei Kiechen. Waaah! Ich mach auf zwei Kiechen, ich mach auf zwei Kiechen. Der ist wirklich cool. Bisschen Wikingerlastig. Ja, ich bin gespannt, genau. Hey, das ist ich! Ich brauch eine neue Serie zu gucken, ich bin mit meiner Serie durch. Ich versuche es halt immer noch für Game of Thrones zu begeistern. Okay. Du wirst ja falsch sein. Ja, doch. Ich finde es eine gute Serie, ja, aber der Schluss ist ja komplett verrannt. Der Schluss ist weirder. Ja. Dann hat die Lanke hier ja irgendwo K-Punker oder so. Ich bin auf der Seite. Geh da rein. Ich bin auf dieser Seite. Ja. Wir sind auf dieser Seite. ich habe ein lila eigentlich ein lila mac oder wort habe ich selber eins gefunden jetzt gibt es keine devotion wo ich werde es nicht nein was haben wir da drin brauchst du ein heavy mac in gülden ich glaube auch herzlich vertippt aber nett klar gibt ja ein tolles feature zum pink zurücknehmen benutzen sie ja auch alle wie man gerade gesehen hat sie hat das hat sie nicht getippt hat die rüstung gibt es hat sich ja schon bedankt für die goldene märkte ich bin mir nicht sicher wieso wollte der die denn nicht das wasser aufsatz oder waffe und ich liebe dieses champion design fliege einfach das map in süd noch ein phoenix geht fragezeichen nehmen nehme ich den mit können wir machen sie wurde ein bisschen angepasst bei dem hotfix vorhin das immer noch aber das wort ein bisschen angepasst jetzt gleich auf jeden fall noch holten das sind die wochen von und noch eine natürlich deswegen geht ja so stunden über stunden ein geiles auto wenn es hast fahren nur noch die kommen wir zwei die worte wie viel munition nehme viel speck für die kacke was aber noch mal hier ich dachte einer von euch an lunken hat mir zu schildbette geklaut links ist noch was wollen ist um zwei sachen ja dann muss ich gucken wie ich gerade platz mache weil ich es wirklich eins und eine goldenen mark ich komme jetzt zieht einmal zur city kann das sein ja man hat ja mittelpunkt war doch früher nicht so schlimm hier würde schön und hier würde ich nicht aber auch daran dass die über ist danke danke ach mach mir so der gold denn da geht das nicht hm als wenn da muss ich nur ein chairpack ist da oben gerade seit wo? da hinten hm ja eben searching und gehen wir dahin ja wohl ehrgeist ja kommen da kommt man dran bringt nichts bringt nichts sich darüber auf zu ringen leider nein benutzen die features des videospiels guck mal eine spitfire will die wir haben ja okay dann nehme ich das da und ich nehme das schieserei auf das hochhaus was meine wende losfahren dann ist er schuld ja das kam auf die schießen auf und wieso schießen auf einmal auf uns gegen auffällig ich halte mal drüben dann machen wir mit ich bin noch dran gekommen da hinten hüpft er noch rum bengalolt darin ist einer sehr low wo ist hier portal eingang recharging mein schild recharging mein schild ja genau hat den gekriegt ja noch ein spot netzko in alle löcher bitte und jetzt halten sich gegenseitig so weit wie wir dahin kommen so wie wir die einzigsten die gefickt werden die macht okay wir sind beide spots sind im bahnhof einer unten der andere oben ich brauche leichte warte mal ich bin lober ja ja wir sollten da hinten hoch hier ist auch noch eine liebe den hüpft ich kann auch vorstellen dass da auch so safe einer schon drin ist oder so wir werden halt dann übel reingedrückter oder für knapp das habe ich genau hier gegen geflogen bin ja ja oben raus hier ist Just 10 seconds left. Die Tür ist offen, da steht ein Cap-Package, das offen ist. Hier wird reingesnipet. Es macht so keinen Spaß gegen diese snipenden Hurensöhne, ohne Witz. Ich halte mich einfach immer an sie, sie wird einfach nie getroffen. Ich habe ein Problem. Geht's wer? Ja, keine Chance. Hier unten revived einer. Ja, ich hätte statt mich voll zu machen versuchen einfach eine neue Rüstung mir holen müssen. War wieder eine falsche Entscheidung. Er hat... Er hat... Ich guck mal, er hat gebrochen. Ja, das passiert. Kann sie aber auch nicht gewinnen, weil wieder alle auf ihr drauf sind. Na ja. Dann geht nicht die verkehrten Regen und wir hacken die von Knutti-Gäumen hochovernut. Ja, das war ja auch nur noch die beiden anderen Squads. Und die sind halt gerade anscheinend auch hintereinander gerannt oder so. Keine Ahnung, da war ja dann wieder noch irgendwer, keine Ahnung. Sei ja ja, oben Liquid, haben wir noch einen Schreif ab ihn. Da ist это natürlich graduate.